Ist das nicht einfach klasse? Tagsüber kommt man nie dazu, die Decke zu wischen. Willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Ja, wir wischen hier nicht die Decke, sondern gucken, dass wir irgendwie weiterkommen in diesem Tempel. Wir sind in der Miene der Geron im zweiten Tempel und, ähm, ja. Jetzt geht's weiter an der Decke. Ich finde es einfach ein sehr cooles Gameplay-Element, dass man hier an der Decke laufen kann und an den Wänden laufen kann mit den Eisenstiefeln. Die hier auch mal einen weiteren Sinn haben, als nur schwer zu machen. Wobei sie hier ja auch generell schon einen anderen Nutzen haben, weil man hier eben wirklich schwer sein kann und nicht einfach nur im Wasser versinken kann. Was eigentlich der Hauptsinn der Eisenstiefel meistens ist. Gut, so oft gibt's die auch eigentlich nicht in dem Zelda-Teil. Aber zumindest in Okubin of Time hat man die eigentlich nur für den Wassertempel gebraucht und hier hat man jetzt wirklich mal einen Sinn dafür. Man kann an der Decke und an den Wänden laufen. Und eben den Geronen standhalten. Wir kommen zwar nur sehr langsam voran, aber immerhin kommen wir voran, ohne in die Lava zu fallen oder so. Und das sollte man sich auch einfach mal vor Augen finden. Ähm, ja. Wir sehen ja zum Glück auf der Karte, auf der kleinen Mini-Map, auch das Labyrinth hier an der Decke aufgezeichnet. Äh, ich glaub, das war im Original auch nicht so, ne? Sollten wir aber dankbar sein. Wir könnten auch jederzeit unsere Eisenstiefel ausziehen und von der Decke fallen. Deswegen meiden wir auf jeden Fall den X-Knopf. Ja, wir haben ja schon einen kleinen Umweg über die Decke da gemacht. Aber, ähm, ja. Wir müssen natürlich auch so weiterkommen. Und das tun wir, indem wir da lang gehen. Ich weiß nicht, ob da rechts noch was ist. Man sieht ja auf der Karte, dass da so ein kleiner Abschnitt noch ist. Aber ich glaube, da geht's nicht weiter. Also, da geht's nicht weiter, aber ich glaub, da ist auch nichts. Wenn doch, dann müssen wir nochmal in den Raum zurückkehren. Aber, ähm, solange ich nicht weiß, dass da nichts ist, dass da was ist, äh, werden wir uns jetzt nicht den Weg antun, weil es dauert halt ziemlich lang. Wie man ja sieht. So. Hm, 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 sind wir sicher? Ich weiß ja nicht. Ich glaub, jetzt sind wir noch sicher. Wir lassen es jetzt fallen. Jawohl. Also, reicht auf jeden Fall. Und wir kommen zurück eine Etage höher. Zurück diesen großen, ich will ja schon fast Hauptraum sagen. Zumindest fürs Erste ist es unser Hauptraum. Und hier haben wir nette Goblins, die einen Schalter bewachen. Und wir wissen ja mittlerweile, was diese Schalter hier in diesem Dungeon bringen. Na gut, sie schalten Feuerfontänen aus, aber sie schalten eben auch diese lustigen, ähm, Magnetfelder an. Und die sind momentan von uns von größtem Interesse. Deswegen müsst ihr leider sterben. Das hättet ihr auch so gemusst. Aber jetzt hab ich wenigstens nur eine Grundung dafür. Ah, könnt ihr nicht einfach mal direkt sterben. Ach, der ist direkt gestorben. Ist ja interessant. Das Herz brauche ich jetzt nicht. Ist ja, ist hier gerade. Nehmen wir mit. So, Eisenstiefel anziehen. Und wir aktivieren tatsächlich eine lustige Magnetkacke da. Und der wird jetzt immer hin und her schwenken, dieser lustige Arm. Also man sieht schon, das ist wirklich sehr minenartig hier alles. Und, äh, ja. Gut, das ist auch der Sinn einer Mine. Mine der Geronen. Ich war natürlich zu spät. Ich weiß nicht, zu welcher Seite ich muss. Ich glaube, da komme ich nur zum Anfang zurück, ja. Da, wo ich schon war. Und die werden direkt angesucht. Oh mein Gott. Gut. Ja. Das heißt, wir müssen definitiv hier hin. Und uns hier einfach mal abkoppeln. Und dann geht's hier hoffentlich weiter für uns. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Schon mal vielversprechend. Ja, dann kommt hier, glaube ich, jetzt gleich direkt das nächste Ding hin. So, ihr könnt gerne mal sterben. Denn euch will ja keiner. So, erinnert mich an lustige Wortwitzel, äh, lustige, äh, Anruf, Scherz, Telefon, Streiche von Bart. Beim Osterwerken. Lass mir ran, ja, denn sie will ja, oder so. Irgendwie so. Okay. Ich bin natürlich, äh, der G-Punkt von der Frau. Ach. Die Simpsons, ja. Herrlich. Okay, ähm, ja. Genug zerstört, würde ich sagen. Wir gehen weiter durch die nächste Dür. Ich glaube, ich zerstöre auch einfach zu viel. Deswegen dauert es noch mal Ewigkeiten, weil ich unbedingt jedes Fass und jeden Krug zerstören muss. Äh, die Dinger habe ich immer gehasst. In Ocuminov Time waren sie einfach nur nervig auf dem Weg zum Todesberg. Hier sind sie nervig und sie sind auch am Todesberg. Sehr interessant, ne? Na. Vielleicht werden sie uns auch wieder am Hylia-See begleiten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So, hier müssen wir da, müssten wir da unten, glaube ich, irgendwas erledigen. Und dann da oben, keine Ahnung. Gucken wir uns mal gerade ein bisschen um. Okay. Wahrscheinlich würde da also ein Schalter entstehen oder irgendwas, der uns dann da, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Wir gucken uns erstmal unten um. Ein bisschen Luft haben wir ja unten. Und der Wasser, nicht besonders viel, aber wir haben immerhin ein bisschen Luft. Was der Schalter, äh, was der Klotz hier bringt, weiß ich jetzt gerade nicht, so spontan. Bringt der mich weiter oder ist der einfach nur zum Spaß da? Ähm, ist auch egal. Spaß hin oder her. Wir sollten mal die Eisenschiffe langsam rausziehen. Denn unserem Linky Boy geht es gar nicht gut, oh mein Gott. Das war relativ knapp, ja. Ich habe unterschätzt, dass es so schnell weg geht. Ey, ich verstehe den Sinn von diesem Ding jetzt noch nicht so ganz, weil der hat ja auch keinen Weg blockiert oder so. Ist da irgendwo ein Schalter? Was ist das da eigentlich für ein Ding? Aufheben. Ach, ein Totenkopf, ja. Super, ein Totenschädel, super. Genau, das wollte ich jetzt wissen. Äh, keine Ahnung, was mir der Block gerade bringt. Ich weiß es so spontan nicht. So, und da drüben kommt jetzt wahrscheinlich die Säule, die jetzt hier meterweit rüberkommt vielleicht, so. Oder da oben wird erstmal was aktiviert, okay. Auch gut. Dann halt so. Ne, Kamera bitte, so, danke. Jawohl. Okay, dann kommen wir da jetzt in die Etage höher und von da aus können wir dann auch das Ding benutzen, was dann da drüben irgendwie erscheint. So, mit dem Schalter hier vielleicht. Die kann es auch anders sein, natürlich, natürlich. Ach, wir müssen jetzt sogar da reinspringen. Ganz risky. Aber was bleibt uns anders? War das so ein Tor? Ja. Wow. Wow. Äh, ja, ich würde sagen, dann, äh, gehen wir erst nochmal runter. Äh, wir brauchen ja alles. Das könnte ein kleiner Schlüssel sein, das könnte aber auch ein Stempel sein. Ein Herzteil ist es auf keinen Fall. Ich tippe ja schon mal auf den Stempel, muss ich schon fast sagen. Ne, es ist ein kleiner Schlüssel, okay, gut. Dann war es auch auf jeden Fall wichtig, dass wir das hier getan haben. Wahrscheinlich ist direkt dahinter wieder eine Schlüsseltür. Ja, jetzt müssen wir zwangsläufig natürlich nochmal den ganzen Weg machen, den wir gerade schon gemacht haben. Aber ist ja egal. Ist ja vollkommen wurscht. Dann machen wir das halt noch einmal. Die Luftleiste wurde ein bisschen spät angezeigt, finde ich. Das ist gut für uns, wir haben ja Luft. Ich finde es auch so geil, wie der, wie der links sich dann so, so wirbelt. Dass er halt nicht wirklich gerade daran fliegt, sondern dass er sich so ein bisschen dreht, währenddessen so ein paar Schrauben macht. Ist doch ganz cool. Ich habe auch immer Schiss, zu früh wirklich loszulassen. Das Ding müsste ja noch aktiviert sein. Ja, es ist noch aktiviert und jetzt müssen wir uns einfach mit den Eisenstiefeln da reinfallen lassen. Nur ganz totesmutig, wir haben ja sonst nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob wir uns da wirklich so... Ja, doch, perfekt. Und er dreht sich wieder so, das ist so herrlich. Also an der Wand rollen können wir uns wirklich nur, wenn wir gerade erst an die Wand gegangen sind oder so. Gibt da spezielle Kriterien offenbar. Wieder ein kleiner, äh, nicht grüner Rubin, ein roter Rubin. Du öffnest das Tor, hervorragend. Aber natürlich auch Zeit, ja. Dann ist es doch der Raum hier, den ich erwartet habe. Und hier befinden sich Strahlenzyklopen. Ach, ich mochte die noch nie. Die waren schon immer kacke. Äh, ist das nicht sogar... Das müsste eigentlich sogar der Raum mit dem zweiten Herzteil sein, oder? An der Wand da? Doch, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass da oben das zweite Herzteil sein müsste. Ich glaube, rechts geht es weiter, also da kommen wir weiter. Genau, hier können wir noch, weil wir noch nicht so 90 Grad Winkel und so, ne. Deswegen können wir da auch noch rollen, aber später können wir noch nicht mehr rollen. So, auf einer Seite müsste nämlich eine Truhe sein und da müsste dann das Herz da drin sein. Also so viel sollte ich noch aus dem Dungeon in Erinnerung haben. Wenn nicht, wäre das traurig. Hervorragend. Ich hab recht. Sehr schön. Das Geld hat immer recht, wissen wir, seit Eugenen Grabs. Ich glaube, da kommen wir ja nicht mehr hoch, ne? Wir können uns vielleicht hier so ein bisschen so... Na. Das hat wunderbar geklappt. Wir müssen jetzt da irgendwie was durchschnellen, glaube ich, oder sowas. Da oben. Wir müssen auf jeden Fall hin. Hätten wir jetzt den Cape of Skyward Sword, würde das auch alles ein bisschen komfortabler für uns ablaufen. Und mein Grabber hat einen Mega-Lag gehabt. Ich laufe einfach mal weiter, als wäre nichts gewesen. In der Hoffnung, dass es nicht leckt oder sonst was. Aber ich hab auch keinen Bock, wieder die Aufnahme anzuhalten. Aber ich glaube, es wird nötig sein, Leute. Weil er gerade echt einen heftigen Delay bekommt. Noch nicht keinen Bock hat, dass es hier leckt. Wie scheiße. Alter, ist das ein Delay? Das sind bestimmt drei Sekunden oder so. Alter, was geht denn? Ich verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal so wieder so kacke wird. Wieso? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe meine Geräber nicht. Muss ich auf der Plattform stehen oder ist das sogar tödlich? Ich weiß es nicht. Es ist egal, weil mit der Plattform an sich nichts passiert. Und dahinter brauchen wir den Schlüssel, den wir ja gerade noch aus dem See gefischt haben. Sehr gut. Ja, ich hab leider immer noch die ganze Zeit ein Auge auf meinen Geräber. Da unten war noch irgendwas, glaube ich. Ich glaube, ich muss das gerade mal anhalten, weil das fuckt mich ab, das in meiner Vorschau zu sehen. Und ich hab das Gefühl, dass es leckt wie scheiße. Wir sehen uns gleich wieder. Einmal täuscht mich meine Intuition tatsächlich nicht. Das ist sehr gut. Und ja, es hat tatsächlich wieder übelste Bugs gegeben. Und ich weiß nicht, wieso. Das war jetzt eigentlich seit den ersten Parts nicht mehr der Fall. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Ich hab zumindest nichts festgestellt. Ähm, und jetzt auf einmal fängt der wieder an. Das find ich nicht gut. Ich hab auch eigentlich nichts anderes gemacht, als bei anderen Aufnahmen. Also PC neu gestartet und losgelegt. Es kann auch sein, dass wieder sich irgendwelche Scheiße meine Startkacke gehackt hat. Und zwar Google Drive Sync. Alter. Jetzt blende das hier übelst durch mein Fenster. Wieso muss es genau jetzt anfangen, hier richtig sonnig zu werden? Das gibt's doch nicht. Und natürlich ist es das falsche Fenster. Und an das andere komme ich jetzt nicht so schnell ran. Leck mich doch. Alter. Wie krank. Ich hoffe, das geht, wenn ich jetzt ein bisschen zurückrücke. Ah. Das geht ja gar nicht. Genau in dem Moment jetzt hier fängt es richtig an, die Sonne zu scheinen. Alter, wie krank. So, jetzt sind wir in diesem Outdoor-Bereich, den ich schon mal angesprochen hatte. Ich hab übrigens das Gefühl, dass wir wieder wahnsinnig lahmarschig unterwegs sind. Wenn wir mal auf die Karte gucken. Ähm, was haben wir denn jetzt bisher erledigt? Wir haben das hier erledigt. Und wir sind jetzt hier. So wenig ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich mal die Karte anguckt. Und trotzdem hab ich das Gefühl, dass wir unglaublich langsam unterwegs sind. Naja, mal schauen. Vielleicht sind wir ja doch relativ schnell hier durch. Wer weiß, wer weiß. An sich sieht der Dungeon ja auch gar nicht so wahnsinnig groß aus. Ich glaub, der ist sogar schon fast kleiner als der erste Dungeon. Aber das ist eine Mutmaßung, die ich jetzt nicht anstellen möchte. Ich würde in dem Dungeon auch eigentlich ganz gerne mal die Tante benutzen, aber... Ja, na. Ich hab keinen Bock, wieder zum Anfang des Dungeons zu kommen, ne? Andererseits kommen wir jederzeit zurück an diesen Ort hier, ne? Das ist ja der Sinn der Tante. Na, ich glaub, ich erwähne die bald mal. Vielleicht bei so einem Ältesten oder sowas. Keine Ahnung. So, die können wir leider jetzt noch nicht wirklich attackieren. Haben wir noch einen kleinen Schlüssel? Ne, den haben wir gerade eingesetzt, ja. Das heißt, wir müssen zur anderen Seite weiter. Und hoffen, dass hier irgendwas Lustiges passiert. Hier ist eine Truhe. Nicht eine kleine Truhe, hier ist eine Truhe. Mit Stempel, oder? Oder, oder, oder? Neben kleinen Schlüssel. Ist auch besser so, weil wir brauchen den. Es wird wahrscheinlich bei 90% der Truhen in den Dungeons im großen Truhen der Fall sein, dass ich sage, oh mein Gott, das wird ein Stempel sein. Und das wird definitiv eine kleine Schlüssel sein. Weil ich mich einfach nicht daran gewöhnen kann, dass die in so großen Truhen sind. Das ist ungewohnt für mich. Ach, hier ist jetzt dieser Drehraum, ne? Naja, genau. Das ist sehr lustig und macht Spaß, aber kann auch deutlich sein, wenn man fällt rund. Das ist nicht schön. Ei! Ja, da wäre es fast so weit gewesen. Ähm. Ist im Wasser irgendwas? Ich weiß ja nicht. Ich habe keinen Bock da jetzt den ganzen Weg hier zu machen und dann festzustellen, oh, da ist was Geiles im Wasser. Ich weiß halt nicht, ob ich mich jetzt mal umgucken soll im Wasser. Wirklich nicht, ne? Wie macht das denn hier Sinn? Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen. Aber ich glaube, das war schon am sinnvollsten. Na, andere Richtung. In welche Richtung muss ich? Andere Richtung. Okay, ich richte mich jetzt so aus und dann weiß ich, wo ich lang muss, okay? So. Ich glaube, ich muss auf keinen Fall ins Wasser. Das hier fand ich eigentlich immer am besten. Na, aber es funktioniert nicht. Leck mich doch. Jetzt bin ich sogar so im Wasser. Können wir uns mal umgucken. Ich hätte es zwar gerne ohne diese bedrohliche Musik mit diesem Typen da, aber... Naja. Vielleicht ist hier jetzt wenigstens was. Ich habe nicht das Gefühl. Na, sieht nicht so aus. Ich gucke da auch gerne mal unter die Dinger drunter, weil da kann ganz gerne mal eine Truhe versteckt sein. Aber wir kommen da auch nicht irgendwie rein oder so. Deswegen scheint es das hier gewesen zu sein. Hier ist wirklich nur Rückweg, falls wir runterfallen. Aber das kann auch mit dieser einen Seite gehen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, ich gucke mir schon wieder zu sehr oben. Hier ist nichts. Hätten wir schon den Kompass, wäre das natürlich alles eine andere Sache. Dann könnten wir erst direkt sehen, ob da was ist. Wenn wir denn in der richtigen Ebene sind, was auch immer. Ja, muss man auch drauf achten, ne? Dann machen wir jetzt halt diesen Scheiß hier. Dauert jahrelang, aber okay. Dann ist es halt so. Dann müssen wir jetzt hier ein bisschen Zeit investieren. Was bleibt uns anderes übrig? Das Ding dreht sich halt wieder zu schnell, ne? Ja, jetzt ist die Steuerung wieder invertiert, weil... Kacke. Das dauert halt zu lange, das Zeug an- und auszuziehen. Sonst wäre das alles auch eine Ecke einfacher. Dann würde man es auch auf der... Ich glaube, das kann man doch nur so schaffen. Ist auch egal. Wir gehen zum nächsten Ältesten. Das erkennt man schon daran, dass es hier einfach zwei Eingänge gibt. Beziehungsweise einen Ausgang. Und hier ist tatsächlich der nächste Älteste. Oh, erstaunlich, dass du es bis hier unten, was du halt geschafft hast. Ja, du bist doch krank. Und ich bin einer der Ältesten. Man nennt mich Don Ibizo. Okay. Ah, weil du es bis zu mir geschafft hast. Und wenn du es bis zu mir geschafft hast, dann weißt du sicher schon Bescheid, ne? Also nimm das hier und hau einfach ab. Ich hab keinen Bock zu reden. Okay. Ah, jetzt, wo ich die vor mir sehe, fällt es mir wieder ein, ja? Missamine soll es eine Waffe geben, die einem Held aus alten Zeiten hier gehört hat und so. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns weitergegeben und so. Und ja, jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir von Nützen sein, ja? Die Waffe des Helden wird an einem Geheimort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprech mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Ja, das werden wir tun. Ich bin mir nur gerade nicht mehr sicher, von welchem Held das war. Ich glaube vom Link aus Skyward Sword, aber ich bin mir da gerade nicht mehr sicher. Das kann man an der Bezeichnung sehen, aber ich bin mir halt, wie gesagt, nicht mehr sicher, in welchem anderen Zelda-Teil es genau diese Bezeichnung gab. Aber ich meine, es war Skyward Sword. Doch, ich meine, in Skyward Sword hieß der genau so. Naja, werden wir gleich noch sehen. Okay. Erstmal gehen wir jetzt hier weiter und kommen wieder zurück in den großen Outdoor-Bereich da. Was eigentlich schon so ziemlich der Hauptraum des Dungeons ist, würde ich sagen. In dem Raum haben wir nichts weiter verloren. Wir können einfach über die Wand hier gehen und uns gleich recht schnell fallen lassen. Solches Wagen. Ich glaube, früher bin ich gerne mal den ganzen Weg gelaufen, aber ich glaube, es reicht auch, wenn wir uns jetzt hier an der Ecke fallen lassen. Naja, das reicht locker. Ist nicht so langwierig und da hinten ist eh nichts mehr. Wieso soll man den Weg machen? Naja, das passt schon, das passt schon. Der Part ist auch schon wieder fast vorbei, aber ich habe vergessen, meine Uhr zu stoppen, wo ich die Aufnahme gestoppt habe. Und deswegen haben wir noch zwei, drei Minütchen Zeit, würde ich sagen. Okay. Wir müssen jetzt zumindest, oder kommen wir jetzt gleich zum Boss, vielleicht zum Miniboss, weil der Raum wird dunkel. Ich weiß es nicht. Ja, Miniboss-Time, oh mein Gott, geil. Cool. Dann bekommen wir jetzt schon das Relikt der Gronen, oder, ja, es wird so nicht bezeichnet. Das ist ja eigentlich auch der Gronen-Opal, deswegen kann man das eigentlich nicht so bezeichnen. Wobei ich nicht wusste, waren das jetzt die Bomben, oder war es wirklich der Gronen-Opal, dieses Relikt der Gronen-Opal. Also, sorry, es ist auch egal. Da haben wir auf jeden Fall den Wächter. No, ein Mensch. Was sucht denn ein Mensch an diesem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden einen Schatz. Doch, mich. Da bin ich mir sicher. Äh, oder auch nicht. Mal schauen. Ich würde sagen, den packen wir auf jeden Fall noch und das, äh, Item holen wir uns dann im nächsten Part. Aber erstmal müssen wir den jetzt hier besiegen. Ich glaube, das war wieder so ein kleiner Ringkampf oder sowas in der Art. Ja. Wir sollten auf jeden Fall mal den Schild benutzen. Vielleicht können wir hier was mit den Dings anfangen. Hat das was gebracht? Ich weiß es nicht. Ich bin hier auf jeden Fall Stem. Das ist gut. Nein. Oh mein Gott. Auf keinen Fall die Eisenschliefel ausziehen. Müssen wir den nicht runterschubsen? Wie war das? Ich habe keine Ahnung mehr von dem Miniboss. Ich weiß noch, wer der Boss ist. Der Flammatron, der ist ganz cool, aber... Ja, tatsächlich cool. Und jetzt können wir den greifen. Ah, okay. Okay, dann weiß ich wieder, was wir zu tun haben. So, und jetzt greifen. Wieso klappt das denn nicht? Hä, also wieso hast du die Eisenschliefel ausgetrunken, Link? Ich, ich... Du hattest die doch an. Mein Gott. Sehr merkwürdig. Ich hatte die eigentlich die ganze Zeit an, aber irgendwie doch nicht. Am besten einfach gar nicht ausziehen, weil wofür auch? Sobald der angreift, haben wir eigentlich die volle Macht über ihn. Dann werden wir nichts großartig falsch machen. Ah, der könnte draufbleiben. Ja, das war kacke. Weil die schon am Rand waren. So, jetzt aber. Wenn wir jetzt hier, zack, und dann den zur... Dieser... Na, hallo. Zu dieser Seite schmeißen. Sollte der eigentlich runterfallen. Hervorragend. Ich glaube, das Ganze muss man auch wieder dreimal machen. So typisch Videospiele halt. Vielleicht hat er aber noch eine zweite Phase. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Ja gut, wo will ich ihn jetzt hinschmeißen? Das ist aber wieder kacke. Ich will dich mal hier so genau jetzt ausholen. Dankeschön. Zack. Jetzt wieder nach links schmeißen. Äh, andere Richtung. Irgendwie wollte Link nicht. Gut. Er kommt dem Abgrund näher. Immerhin. Moment, etwas. Er war hier zu langsam. Jetzt aber. Zack. So, ich glaube, der Wächter ist im Arsch. Ich glaube, er gibt auf, oder? Er hat zumindest sein Kopfteil verloren. Ich weiß nicht. Mist. Da denkt man, es ist nur ein Mensch. Und dann... Ach, krasse Scheiße. Ich bin im Arsch. Willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Ja. Also gut, nimm die Waffe des Hellen aus alten Zeiten. Dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst, ja. Ja, das werde ich tun, wenn es dann in meiner Macht steht. Und das tut es offenbar. Außerdem brauchen wir den Schattenkristall für Midna. Und, ja. Generell wollen wir doch den Koronen helfen. Immer wieder habe ich keine Ahnung, woher wir kamen und wohin wir müssen. Aber es sieht so aus, als müssten wir nachher da. Na. Mit deinen Fähigkeiten kannst du sogar unser Oberhaupt so von uns springen. Vielleicht, ne. Obwohl es sich auch nicht leicht wird. Nimm die Waffe und verschöne. Okay. Wollte ich auch machen, aber, äh, Stiefel und so. Ja. Doch, dann müsste es weitergehen. Ja, sehr gut. Und dann ist es auch eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich weit, wenn man das mal hier so sieht. Dann geht es halt auch da oben weiter und dann war es das auch eigentlich schon fast. Ähm, ja. Ich würde sagen, im Hauptraum benutzen wir dann wieder die Tante. Und dann sind wir auch eigentlich schon recht weit in dem Dungeon tatsächlich. Krass. Das ist jetzt der zweite Part. Das heißt wahrscheinlich, werden wir es auf jeden Fall in vier Part schaffen. Wir werden es auf jeden Fall in vier Part schaffen. Auf jeden Fall. Aber den Kompass haben wir auch noch nicht. Hält nur mal so auf. Na gut. Wir sehen uns in dem nächsten Mal wieder und holen uns erstmal das Dungeon-Item. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns in dem nächsten Mal. Vielen Dank.